Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Was ist das? Es sind Maiskolben bei uns als Bowen genannt Kokoruts. Schaut aus wie ein Haar verheißt. Das heißt der Reifungsprozess ist im Fortschritt. Progress, verstehst? Ich zeige das. Die sind jetzt 2,5 Meter. Wenn sie ganz reif sind, dann werden die Haare, die jetzt so rötlich sind, ein bisschen braun, gebräunt und dann kann man sie herunter, die Kolben abschälen und dann ein bisschen anbraten, Lagerfeuerl machen und das ist lustig. Und mit Butter kann man sie einschmieren. Mais von bester Qualität. Stärke ist drin, glaube ich. Also wenn man es zu Mehl malt, heißt Polendekris, das schmeckt besonders gut. Kann man mit Kaffee machen oder mit Milch oder man kann sie auch scharf machen. Mit Paprika ist auch gut. Kann man ganz viele Möglichkeiten zum Zug bereiten. Verstehst? Und die Mühle verkauft es auch. Da kannst du die beste Qualität direkt an der Mühle erwärmen. Entweder nur kleine Säcke oder kannst du auch gerne eine ganze Fuhre als Vorrat bestellen.